Jo, was geht ab liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Doomy Tunnel. Weiter geht's. Äh, what the hell was that? Muss ich mir aufpassen. Ah fuck, ich hab keinen Hübschlauch mehr. Uah, wo kommt der her? Fuck. Da muss er echt aufpassen hier. Ah, kein Treibstoff, geil. Und jetzt ist die Kussung tight. Peace. Ich werde aufpassen, 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 ich werde aufpassen. Ah, shit. There we go. Whoa! Wo kommt der her? Fuck, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich muss aufpassen, man sich hier. So, ich werde sie nicht natter, dass sie jetzt. Oh! Ah, fuck, hinter mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich immer nichts. Wieso konnte ich eine Gesundheit aufheben? Hä? Wieso konnte ich jetzt keine Gesundheit aufheben? Das ist echt schwer gerade. Ey, mach mir jetzt eigentlich nichts vor gerade. Ah, ich bin wieder fast tot. Krasser Scheiß. Ah, fuck. Ah, fuck. Tschüss. Zurück ist ein Homo. Schuss. Kl к ist die Flasche nach. Das war dumm, das war dumm, das war dämlich, bitte gesundheit, bitte gesundheit, gib mir das, yes, shit, shit, was machst du, nicht die Waffe, fuck, nicht die Waffe, aha, ich bin tot, fuck, ah fuck, ich habe nichts, ich bin gesundheit, ah fuck, yes, fuck, fuck, hier ist nichts, fuck, da kann ich nicht hin, fuck, wieso, äh, fuck, nein, ich muss hier irgendwo hin, krass, du, das wäre, krass, 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 kr Ich hab's irgendwie geschafft, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es war so richtig unwichtig, dass ich jetzt gestorben bin. Ist hier noch irgendjemand? Nein. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich jetzt hier mache. Ich hasse diese Sequenz. Ich hasse diese Sequenz. Die Sequenz ist gerade richtig scheiße. Weil ich hier gerade nicht weiterkomme. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich hier mache. Ich muss aufpassen, was ich hier mache? Ich mache einschneiden. Ich mache einschneiden. Ich mache einschneiden. Das ist Quartal für den Aufnahmen. Ich nehme ein Schmerzer. Ich nehme mein Schmerzer ab. Ich habe den Schmerzer ab. Ich nehme meine Schmerzer ab. Ich nehme eine Schmerzer auf. Das war's. Das war die Gitter. Ja, ich bin nur 50 Sekunden. Egal, aber das ist nicht das, was ich brauche. Er ist das, was ich brauche. Er ist tot, oder? Ich bin ein bisschen da rüber, oder? Oh, Scheiße. Die Khan-Maker ist nahe. Sie befindet sich in der Dämonenzitadelle. Markiere ihren Standort auf dem Haag. Okay. Die Versammlung der Höllenpriester findet direkt über ihnen statt. Laut Scans befindet sich ein Aufzug in der Mitte der Anlage. Ja, ich gucke jetzt mal, ob hier noch irgendwas ist, oder nicht. Ich glaube, sonst ist hier gar nichts, oder? Obwohl, da ist noch was. Die Khan-Maker ist bei dem Treffen anwesend. Außerhalb ihres Reiches ist sie jedoch vollkommen unverwundbar. Wie kann das sein? Kein Mensch kann durch dieses Tor, es ist... Das ändert gar nichts. Das Sakrament dieser Welt für die große Khan-Maker wird vollzogen. Die Energie wird abermals erneuert. Aus den Seelen der Ungläubigen, wie es geschrieben steht. Du kannst sie nicht vor ihrem Schicksal bewahren. Kann ich ganz versuchen. Dieses Mal gehst du eindeutig zu weit. Du kannst nicht eingreifen. Dies ist die einmalige Chance der Menschheit auf Buße, um uns hingebungsvoll zu dienen. Du wirst dich dem Willen der Khan-Maker beuten. Aktiviere das Portal. Denn du bist bestimmt, meinen Willen zu vollstrecken. Du bist bestimmt, meinen Willen zu vollstrecken. Es ist mir nicht möglich, den zweiten Höllenpriester zu erfassen. Dem Himmelssucher fehlt eine Komponente. Wir brauchen einen Ersatz. Die Überarbeitung ihres Werfers ist abgeschlossen. Der Flammenspeier steht jetzt für sie bereit. Okay, Flammenspeier. Drücke R. Okay. Okay. War hier noch irgendwas? Nein. Was? Wachkristall Tutorial. Okay. Für Gesundheit, Rüstung, Munition verbessern. Gibt es Verbesserungen? Okay. Ich will ja sagen, ich habe Rüstung, oder? Dämonen hinterlassen häufiger Rüstung. Dämonen hinterlassen häufiger Rüstung. Das Portal ist aktiviert und erwartet Sie. So, ich mache jetzt noch fünf Minuten oder so und dann passt das. Okay, warte mal. Ich muss von da ranspringen. So, da. 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 Okay Oh Yeah, what's that? Okay, okay Alles klar Das war mega unfair Jungs Er hat doch Bescheid, dass es losgeht Okay Runen Verstärken deine Fähigkeiten und aktivieren neue Deine Runenplätze sind begrenzt, also wähle die Runen, die zu deinem Spielziel passen Alles klar Äh Du führst Glory Kill schneller aus Das ist ne Idee Du erlangst nach einem Glory Kill einen Tempo Boost Das juckt mich nicht Erhöht dich deutlich in der Luft, das interessiert mich auch nicht Verlängert die Benommenheit von Gegnern Das ist interessant Äh Ich verzeichnen das Auf jeden Fall Runen Ausrüstungstutorial Okay, das ist jetzt Nummer eins, was wir hier haben Ausgewählte Runen ist jetzt aktiv, sehr gut Okay Okay Get the fuck off me bitch Ich muss ja runterspringen, oder? Ich muss ja runterspringen, oder? Wihomme Geht Wihomme 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 Wir werden zuerst der Börse Wihomme 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 So, die Leute, mal hier einen vornen Break bis dahin, what the fuck? Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das war's. Schade, ich bin tot irgendwie, ich bin tot, scheiße. Verdammt, 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 verdammt. Verdammt, 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 verdammt Boah, das war knapp. Schließt alle Begegnungen in der Mission für Waffenpunkte ab, okay, alles klar, mach ich sowieso nicht. Kann ich das noch verbessern? Warte mal kurz, ich kann mal kurz gucken, ob ich das hier noch verbessern kann. Schnelles Nachladen, 45%, das nehmen wir, auf jeden Fall nehmen wir das. So, Lieder, den wir jetzt im Farmbreak bestellen. Haut rein. Und, tschüss. Und, tschüss. Und, tschüss. Und, tschüss. Und, tschüss. Und, tschüss.